Und zwar bin ich heute zurück mit meinen Beauty-Favoriten für den Monat Oktober. Wir haben heute einen Tag vor Halloween und weil ich möchte, dass das Video morgen unbedingt noch online geht, hoffe ich, dass ihr mir das ganze Kunstlicht verzeiht. Ich hoffe, es geht, aber es ist draußen schon so dunkel, obwohl es eigentlich erst später Nachmittag ist. Es ist wieder so die Zeit, wo es echt schwierig ist, Videos zu drehen. Aber nichtsdestotrotz starten wir einfach mal los. Ich habe viele Hautfliegeprodukte, ein Duft und ein paar dekorative Sachen. Und dann legen wir, wie immer, direkt los mit dem Video. Starten wir als allererstes mit einem Serum von The Ordinary. Ihr wisst ja, ich liebe The Ordinary. Muss noch dazu sagen, ich habe keinerlei Kooperation mit The Ordinary. Ich habe alle Produkte selbst gekauft, selbst bezahlt. Ich bin einfach nur ein riesengroßer Fan, weil ich wirklich Preis-Leistungen super finde. Und ich bin auch super happy, dass The Ordinary jetzt relativ leicht in Deutschland erhältlich ist. Man kann es bei Douglas bestellen. Hier in Berlin kriegt man es jetzt auch in KDW. Und, yay. Deswegen kann ich bald wieder mal nachkaufen. Und von den ganzen Sachen, also ich habe einmal so ein riesengroßes Paket von verschiedenen Serien bestellt. Die habe ich auch alle in meinem The Ordinary Review-Video intensiv behandelt. Das verlinke ich euch nochmal unten. Und habe einfach jetzt in den letzten Monaten festgestellt, dass da eins für mich absolut herausstach. Und zwar ist es Lactic Acid 5% und 2% Hyaluron. Ist ein ganz sanftes Säure-Peeling. Also ist ein super Einsteiger-Produkt. Und ich benutze es alle zwei Tage, ausschließlich Abend, nach dem Gesichtswasser, also Reinigung, Gesichtswasser, vor den pflegenden Serien und vor der Creme. Deswegen wirklich als ganz sanftes Peeling. Einfach, dass meine Haut von abgestorbenen Hautschüppchen befreit wird. Dass die danach folgende Pflege tiefer aufgenommen werden kann. Und ich finde, also ich merke ganz große Resultate, dass sich auch meine Hauttextur einfach verbessert hat. Ich habe manchmal immer so ein bisschen mit Unterlagerung zu kämpfen. Und wenn ich es benutze, am nächsten Morgen wache ich wirklich mit einer babyweichen Haut auf. Und wenn ich das dann jetzt doch mal eine Woche nicht benutze, weil ich so viele Serien habe und immer mal wieder tausche, merke ich sofort, dass ich das Produkt nicht benutze. Und wie ihr sehen könnt, ich bin fast durch. Hier unten ist nur noch ein ganz klein wenig. Das bestelle ich mir jetzt demnächst wieder nach. Und da gibt es zwei verschiedene Formulierungen. Also einmal die 5%ige, etwas leichtere Formulierung. Und dann noch 10%ige Milchsäure, Lactic Acid. Weil es, wie gesagt, eine ganz, ganz sanfte Säure ist. Und ich merke auch kein Witz, nichts. Und absoluter Liebling von The Ordinary für mich. Dann machen wir weiter mit Nagellacken. Ich finde, Herbst ist auch immer auch, ich muss mich hier ein bisschen anders setzen, Herbst ist für mich absolut auch so eine wunderbare Nagellackzeit. Heute habe ich natürlich wieder mal Rot. Klar, wenn ich das Video drehe, trage ich Rot. Aber jetzt im letzten Monat oder in den letzten zwei Monaten bin ich schon auf herbstliche Farben umgestiegen. Und da habe ich zwei eigentlich so ziemlich immer in Rotation getragen. Und zwar einmal so ein Newton von Catrice. Ich glaube, der war auch neu im Sortiment. Also stand er zumindest neu. Und das ist die Nummer 10. Rosy Wood Hills, sagt schon der Name. Ein wunderschönes Rosenholz. Ganz gedeckte, schöne Farbe. Sieht super gepflegt auf den Nägeln aus. Und für mich eine absolute Herbstfarbe. Nummer 1. Und da habe ich hier so ein richtig schön reiches Schokoladenbraun. Es war für mich super schwierig, so ein Schokoladenbraun zu finden. Dann habe ich mir das entdeckt von Essence. Und zwar ist es die 109 Glitter Shock. Sagt auch schon der Name. Es ist nicht einfach nur braun. Hier sind auch so leichte Glitzerpartikel mit drin. Ich finde die Farbe super schön. Aber wenn ihr noch eine Farbe kennt, einfach nur ein richtig schön tiefes Schokoladenbraun. Schreibt mir das mal, von welcher Marke. Und da habe ich auch zwei neue Serien, die ich absolut liebe. Benutze ich jetzt erst so zwei Wochen. Und ich finde, mein Hautbild hat sich auch rapide verändert. Und zwar sind das zwei unterschiedliche Serien. Eins für morgens, eins für abends. Mit einer passenden Pflegecreme dazu. Und zwar ist das die Capture Youth Serie von Dior. Und da habe ich zum einen ein Vitamin C serum. Ihr wisst alle, ich liebe meinen Vitamin C. Capture Youth Glow Booster für den Morgen. Vielleicht nochmal. Vitamin C ist zum einen super. Antioxidant. Also wirkt gegen freie Radikale. Gegen vorzeitige Hautalterung. Verhilft der Haut zum Strahlen. Wirklich ist super, wenn man eine pfeile Haut hat. Arbeitet auch so ein bisschen hautbildverfeinernd. Auch gegen Unterlagerung. Und da ist das Serum am Morgen perfekt. Also ich reinige meine Haut, trage Gesichtswasser auf, dann das Serum und danach von der Capture Youth Creme. Wenn man aber ein bisschen Zeit sparen will, kann man das Serum auch super als Booster benutzen. Das heißt, ihr nehmt eine Haselnuss große Größe der Creme auf die Hände, auf die Fingerspitzen, gebt dann zwei bis drei Tröpfchen des Serums in die Creme, vermischt das und tragt das dann auf das Gesicht auf. Ist auch ein super Energiekick und das war Kombination Nummer eins. Die Creme ist übrigens perfekt. Tages-Nacht-Pflege. Ich mag das immer. Ich habe eine Pflege für morgens und abends. Kann man sehen, wie man will. Mir reicht das. Und abends benutze ich dann dieses Serum und zwar ist das Capture Youth Plum Filler mit Hyaluron. Perfekt. Hyaluron, absoluter Feuchtigkeitsspender, Feuchtigkeitsbinder. Hier ist ganz toll, es ist wieder langkettige und kurzkettige Hyaluronsäure dabei. Die langkettige ist super für die Hautoberfläche. Also man sieht einen sofortigen Effekt. Der Haut wirkt schön prall, glatt und die kurzkettige Hyaluronsäure geht ein bisschen in die Tiefe, durchfeuchtet die Haut nochmal von ein bisschen weiter unten und könnt ihr genau wieder so auftragen. Entweder als Serum, nach der Reinigung, vor der Creme oder wenn ihr es generell ein bisschen schneller mögt, zwei bis drei Tröpfchen in die Creme mixen. Und weil ich das auch immer mag, so eine Serie ein bisschen in Kombination zu benutzen, weil einfach die Wirkstoffe perfekt aufeinander abgestimmt sind, benutze ich dazu halt passend die Capture Youth Creme. Es mit, glaube ich, ganz viel Iris ist dabei, regt auch so ein bisschen die Zellerneuerung an, dass sich das Hautbild erneuert, strahlender aussieht. Das sind, wie gesagt, momentan meine drei liebsten Hautpflegeprodukte. Und dann machen wir weiter mit dekorativer Kosmetik. Und da habe ich ein Augenbrauenprodukt. Und zwar habe ich das auch relativ neu in der Drogerie entdeckt von Catrice. Und zwar ist das der Brow Colorist Permanent, nee, Semi-Permanent Brow Mascara. Am Anfang dachte ich, als ich brauchte einfach ein neues Augenbrauen, gehe ich das entdeckt, weil ich irgendwie aus der Drogerie schon fast alles durch habe. Aber es ist echt besser als alle anderen Augenbrauenprodukte, die ich hatte. Es heißt ja Semi-Permanente Brow Mascara. Und ich glaube, auf der Verpackung, die ich weggeschmissen habe, stammt auch, dass es auf Dauer die Härchen ein bisschen dunkler machen soll. Und ich glaube, es ist wirklich so. Denn wenn ich meine Augenbrauen abschminke, habe ich trotzdem, ja, relativ dünne Augenbrauen, keine dicken Härchen. Und das benutze ich jetzt mindestens schon zwei Monate durchgängig. Wenn ich mich dann abschminke, sehe ich wirklich, dass meine Härchen dunkler erscheinen. Nein, ich kann nur auf das Produkt zurückzuführen sein. Ich bin super begeistert. Und generell mag ich auch diese dünne Bürste. Und ich finde, dass es überhaupt nicht klumpig aussieht. Es trennt die Härchen wirklich perfekt. Arbeite nochmal so die einzelnen Härchen aus. Und ist für mich für, ich glaube, drei Euro noch was. Eins meiner absoluten Lieblings-Augenbrauenprodukte. Und mein momentaner absolute Lieblings-Herbstduft ist von Jo Malone. Und zwar ist es Blackberry & Bay. Bay ist auch wieder so ein Duft, den nicht jeder auf der Straße trägt. Blackberry, also Brombeere & Bay. Bay ist Lorbeer. Ganz, ganz außergewöhnliche, tolle Kombination. Gar nicht pudrig. Also wirklich mal was anderes. Eher fruchtig, frisch. Ein bisschen herb zu Beginn, ein bisschen herb durch das Lorbeer. Liebe ich einfach, wenn es draußen kalt ist, regnerisch. Finde ich, ist es so ein richtig schön, wohliger Duft. Kann man ja untereinander schichten. Aber ich muss sagen, ich mache das nicht nur mit Jo Malone-Düften. Ich nehme manchmal auch einen anderen ganz süßen, pudrigen Duft. Gebe so ein bisschen Blackberry & Bay drauf. Es ist eine super tolle Kombination und absoluter Lieblingsduft. Jeden Tag trage ich den momentan. Und das waren auch schon ganz fix alle Beauty-Favoriten. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Das nächste Video wird dann ein Mode-Video. Das versprochene Lookbook. Und ich hoffe, ihr schaltet da wieder ein. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein wunderschönes Halloween. Und dann sehen wir uns hoffentlich im November wieder. Bis bald!